Ich lerne Deutsch. Nummer 13713 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich kann es nicht glauben. Ich arbeite so hart. Und dann diese Katastrophe. Ich kann es nicht glauben. Ich arbeite so hart. Und dann diese Katastrophe. Ich kann es nicht glauben. Ich arbeite so hart. Und dann diese Katastrophe. Sein Kommentar ist redundant, da das Thema schon abgeschlossen ist. Sein Kommentar ist redundant, da das Thema schon abgeschlossen ist. Betont, dass sein Kommentar überflüssig ist, weil das Thema bereits beendet ist. Manchmal flüstern sich Freundinnen Geheimnisse ins Ohr. Manchmal flüstern sich Freundinnen Geheimnisse ins Ohr. Das Handy liegt nachts immer neben meinem Bett. Ich lasse mich auch durch das Handy wecken. Das Handy liegt nachts immer neben meinem Bett. Das Handy liegt nachts immer neben meinem Bett. Ich lasse mich auch durch das Handy wecken. Ich habe mein Ziel klar vor Augen und will unbedingt die Meisterschaft gewinnen. Eine authentische Persönlichkeit ist sich ihrer selbst bewusst und handelt im Einklang mit ihren Werten. Eine authentische Persönlichkeit ist sich ihrer selbst bewusst und handelt im Einklang mit ihren Werten. Wahre Freiheit erfordert den Mut, die Welt infrage zu stellen, Neues zu erforschen und für Gerechtigkeit einzutreten. Wahre Freiheit erfordert den Mut, die Welt infrage zu stellen und für Gerechtigkeit einzutreten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Ciao. Ciao.